Nun präsentieren kann jeder. Die Kunst dabei ist dabei, das Publikum zu fesseln und zu begeistern. Dafür bieten wir die technologische Basis. Seit 2001 plant und integriert lange IT stabile und hochperformante IT-Lösungen, mit welchen unsere Kunden ihre Produkte besser präsentieren können. Dafür möchten wir natürlich den bestmöglichen Service bieten und nutzen dafür die Partnerschaft mit Verschließung. Die Digitalisierung ermöglicht es heute, technisch brillant, lebhaft, mit hohem Entertainment-Faktor zu präsentieren, so dass man sich aus der Masse herausstechen kann. Die Idee für unseren Showroom war, dass wir Produkte nicht nur anhand von Datenblättern und Angeboten auf Papieren präsentieren wollen, sondern wirklich die Möglichkeit bieten, unseren Kunden Produkte in die Hand zu nehmen und technologische Möglichkeiten und Szenarien praxisnah zu erleben. In unserem Showroom zeigen wir nicht nur Produkte, wir zeigen Lösungen. Wir möchten die technologischen Möglichkeiten von morgen zeigen. Nicht nur die Präsentation, sondern auch die Möglichkeit, Produkte viel lebhafter den Kunden zu präsentieren. Worum geht es? Daten, Daten, Daten. Deswegen können wir nicht auf einen PC zurückgreifen, sondern müssen eine Workstation verwenden, weil wir hier die Möglichkeit haben, von der kleinen bis zur großen Grafikkarte alles anzuwenden. Wir haben uns für Fujitsu Celsius Workstations entschieden, weil sie stabil, leistungsstark, hochperformant den Anforderungen der multimedialen Lösungen gerecht wird. Die große Kunst ist, dass IT funktioniert. Man darf sie nicht wahrnehmen. Sie muss seamless, nahtlos, stabil im Hintergrund laufen. Daher Fujitsu. Fujitsu bedeutet für uns eine sehr starke Partnerschaft, sehr hohe Performance, für uns die Zukunft. Für uns die Zukunft.